Ah, jetzt können wir doch noch im Garten feiern und das neue Lied hören. Also Licht gebrochen, sind Sie sicher? Ganz sicher, ist nur ein Kratzer. Oh, was bin ich froh, dass der Strom wieder da ist. Mike ist im Dunkeln nämlich nicht gerade der hellste. Ja, kann ich verstehen. Nicht jeder bleibt bei Dunkelheit so ruhig und besonnen wie ich. Ah, die Würstchen sind jeden Moment fertig. Oh, und da kommt Helm. Mom! Oh, die Würstchen sind fertig. Da komme ich ja gerade rechtzeitig und ich musste keinen Finger rühren. So sollte es auch sein. Oh, die Servietten. Ich hole sie schnell. Nein, du sollst doch heute mal gar nichts tun. Ich hole sie, Helm. Hilfe! Feuer! Hilfe! Helen! Tu doch etwas! Ruf Feuerwehrmann Sam! Ja, da ist ein Feuer ausgebrochen. Und zwar im Haus der Flots. Oh nein, das hat bestimmt mit dem Stromausfall zu tun. Bin wieder da. Wir müssen gleich wieder los, Sam. Da sind sie ja schon. Also, ist noch jemand im Haus drin? Nein, niemand mehr. Gut. Penny, wir brauchen die Atemgeräte. Ist gut, Sam. Drill doch bitte die Sicherung raus, Penny. Sind rausgedreht, Sam. Wenn der Strom ausfällt, muss der Herd immer ausgestellt sein. Sonst vergisst man vielleicht, dass er noch an ist, wenn der Strom wiederkommt. So wie ich. Oh, und nie etwas auf die Herdplatte legen. Zum Beispiel Servietten. So wie ich. Oh, tut mir wirklich leid. Ich hätte um Hilfe bitten sollen, aber für dich wollte ich heute mal alles ganz allein machen, Helen. Hier, nimm ein Würstchen. Und eins, zwei, drei. Ja, Krankenschwester, das bist du. Und auch die Mächste noch dazu. Juhu, du bist eine tolle Krankenschwester. Kommt jetzt endlich mal jemand her, um mich zu retten oder nicht? Ich komme, Sarah. Ich komme. Dad. Hilfe. Ich hänge fest, Sarah. Hilfe. Die Rettung ist nah. Norman Man ist da. Norman. Hör auf mit dem Quatsch. Du bist nicht wirklich ein Superheld. Ich lauf los und hol Feuerwehrmann Sam. Hilfe. Am Strand ist was passiert. Komm, Penny. Ja. Ein Unfall am Strand, Sam. Vielleicht eine Seenotrettung. Nehmt besser gleich das Rettungsboot. Sicher ist sicher. Halt dich fest. Keine Angst, Dad. Feuerwehrmann Sam ist gleich da. Hilfe. 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 Alles gut. Alles gut. Ein Glück. Sam, Penny. Was ist denn passiert, Charlie? Ach, weißt du, im Prinzip nicht viel. Ich habe den Fels gerammt und bin dann über Bord gefallen. Und mein Fuß steckt in der Hummerreuse. Ich kann da nicht rauskommen. Oh nein. Ich tauche runter und sehe mir das an. Offenbar warst du ziemlich schnell, als du da aufgelaufen bist. Ich weiß. Ich wollte mich auch mal als Held versuchen. Alles überprüft? Ja. Gut. Halt durch, Charlie. Penny kriegt das hin. Aha. Ja. Das ist mal richtige Action mit einem richtigen Helden. Ja, toll. Klasse, Sam. Ja, das hat Sam super gemacht. Na, Tiger. Dein Held ist jetzt ein Filmstar. Das ist mir unglaublich peinlich. Nicht so peinlich wie mir, als ich vorhin merkte, dass der Badezimmervorhang weg ist. Psst. Ihr verpasst noch das Allerbeste. Was ist mit Norman, man? Ich bin auch ein Held. Norman. Das ist Sams dritte Rettungsaktion an einem Tag. Und das ist mein Badezimmervorhang. Norman. Beeilung, Leute. Jeder nimmt seine Ausrüstung. Schnell. Feuer in den Pontipendi-Bergen, Sam. Verständlich sofort, Tom. Hallo, Tom. Wir sind gleich da. Ein Feueralarm in den Pontipendi-Bergen. Ein Feueralarm? Ja, ist klar. Ich schau mich um. Seltsam. Man sieht nirgendwo Rauch. Wo haben Sie dieses Feuer denn gesehen? Da, da vorne war es. Rote Flammen, die über die Wipfel in den Himmel schlugen. Oh. Oh. Oh nein. Mom, das ist der Sonnuntergang. Norman Price. Hättest du deiner Mutter nicht so viele Schauermärchen erzählt, wäre das alles nie passiert. Unter diesen Voraussetzungen können wir ebenso gut nach Hause fahren. Jetzt gleich. Entschuldige, Trevor. Entschuldige, Mom. Ich verspreche auch, keine Geschichten mehr zu erzählen. Tja, dann rufe ich nochmal die Feuerwehr an und melde den falschen Alarm. Was? Ein falscher Alarm? Entwarnung, Männer, äh, und Frau. Falscher Alarm. Es gibt keinen Brand. Ich wiederhole, Entwarnung. Nur ein falscher Alarm, Elvis. Dann wieder zurück. Da ist das Feuer. Ich rufe Sam an. Das muss er wissen. Hallo? Hey Sam, ich habe das Feuer entdeckt. Ihr müsst schnell herkommen. Äh, wir sind gleich da. Sag Hauptfeuerwehrmanns-Diel, was los ist. Oh, nein. Mom. Trevor. Es brennt wirklich. Da vorne am Waldrand. Rufe Feuerwehrmann Sam zurück. Schnell. Norman Price. Ich hatte dir vorhin verboten, weiter solche Schauermärchen zu erzählen. Nein. Aber das ist kein Märchen. Es brennt wirklich. Oh, nein. Die erste Grundregel. Niemals das Lagerfeuer unbeaufsichtigt lassen. Tom, Tom ist an Sam. Ich bin jetzt gestartet. Wo seid ihr? Wir fahren gerade vor, Tom. Ein Glück. Der Wald brennt noch nicht. Penny, Elvis, die Schläuche, schnell. Verflickster Funkenflug. Die Schläuche sind zu kurz, Tom. Wir müssen die Flammen mit unseren Feuerpatschen ersticken. Nicht nötig, Sam. Der Wassertank ist aufgefüllt. Ich helfe euch aus der Luft. Das ging ja gerade noch mal gut. Ich finde diese wabbeligen Schaufeln toll. Wo stecken die nur? Sie sollten längst wieder hier sein. Da! Da ist ein Feuer im Wald. Oh. Wir rufen Feuerwehrmann Sam. Ein Waldbrand ist ausgebrochen und Sarah und James werden vermisst. Meiner toll. Ein Blitz hat den Wald in Brand gesetzt und Sarah und James werden vermisst. Wir sollten Schnuffi mitnehmen. Er kann uns bei der Suche helfen. Der Hund ist zu ängstlich. Der hat sich sicher verkrochen. Aber wir brauchen ihn. Ich gehe noch mal hoch. Bis gleich. Tom ist auch schon verständig. Der kann vom Hubschrauber aus beim Löschen helfen. Und schlagen. Na komm, Junge. Du schaffst das schon. Wir laufen in die falsche Richtung. Ich erkenne gar nichts wieder, James. Überlass das nur mir. Ich weiß besser als du, wo es lang geht. Aber es ist doch jetzt ganz egal, wer von uns beiden der Bessere ist. Wir haben uns verirrt. Ja, du hast recht. Aber wie sollen wir den richtigen Weg finden? Tja, wir könnten uns nach Dingen richten, die wir gesehen haben. Als wir in den Wald liefen. Zum Beispiel in den großen Felsbrocken. Da sind sie ja. Endlich. Da bin ich aber froh. Gwendolyn, hast du irgendetwas, was den Zwilling gehört, damit Schnuffi ihre Spur aufnehmen kann? Nur ihre zwei Regenjacken. Sehr gut. Hier, Schnuffi. Riech an den Jacken. Komm schon, Schnuffi. Wir brauchen dich. Wir müssen James und Sarah finden. Braver Hund. Da kommt ein Hubschrauber angeflogen. Komm! Erlöscht das Feuer aus der Luft. Oh, hier ist der Felsbrocken, den du vorhin entdeckt hast. Ja, und da ist der Brunnen. Hier sind wir richtig. Und ich kann Hundegebell hören. Wir brauchen dich.